Die Plätze 1 bis 7, einsam an der Spitze Dynamo Dresden, aber dahinter alles ziemlich eng zusammen. Die Dresdner sehen wir gleich zu Gast bei Erzgebirge Aue, kümmern uns aber erst einmal um den Dritten. Sonnenhof Groß Asbach, der erwartet Magdeburg. Magdeburg als Fünfter, das ist sowas wie die Überraschungsmannschaft der gesamten Liga. Der Aufsteiger hat daheim allein schon sechs Spiele gewonnen. Will man sich allerdings tatsächlich als Spitzenmannschaft da oben etablieren, dann müsste es auch endlich mal den ersten Dreier auf des Gegners Platz geben. Die Wahrscheinlichkeit dafür, die ist heute allerdings nicht wirklich gestiegen, Philipp Sommer. Das Verletzungspech verfolgt Jens Hertel weiter. Magdeburgs Coach muss nach dem Innenbandriss von Verteidiger Ryan Malone heute auf vier Stammspieler verzichten. Wenigstens die Unterstützung stimmt, über 1000 Magdeburger wollen ihr Team zum ersten Auswärtssieg brüllen. Nur wegen der großen Zahl an Gästefans, die Sicherheitsvorkehrungen in Groß Asbach übrigens leicht erhöht. Magdeburg in Blau, sehr passiv, defensiv, gut organisiert, offensiv, aber wirkungslos und mit vielen Fehlern. Rühle nimmt den Fehlpass auf. Auf Röttger, Timo Röttger beim Comeback. Startelf-Comeback nach Armbruch. Und Eno klärt für seinen geschlagenen Schlussmann Glinker. Groß Asbach die bessere Mannschaft in einem unspektakulären Spiel, torlos zur Pause. Und Jens Hertel, der sieht nicht viel Änderungsbedarf, kommt schon nach fünf Minuten wieder aus der Kabine und wandelt wie einst Franz damals in Rom über den Platz. Magdeburg in der zweiten Hälfte etwas aktiver, aber weiter ohne richtige Torchance. Auch Groß Asbach hat kaum welche. Und wenn, dann über den starken Timo Röttger. Glinker hat den sicher. Regen nimmt zu in Groß Asbach. Ein Kampfspiel. Beide Teams versuchen, keine Fehler zu machen. Dittgen zwischenein gewechselt. Eno verschätzt sich. Da ist Röttger. Und da ist der Pfiff von Schiedsrichter Florian Badstübner. Elfmeter. Und das ist völlig richtig. Eno hält Röttger fest, schiebt ihn dann noch. Das ist ein Strafstoß. 82. Minute. Michele Rizzi gegen Glinker. Und den macht er gerade so. Michele Rizzi mit dem 1 zu 0 für Groß Asbach. Glinker fast ran, kann aber den Rückstand nicht verhindern. Dann aber wird das alles völlig unwichtig. Denn Magdeburgs Fans brechen im Anschluss das Tor zum Innenraum auf. Stürmen Richtung Gegengerade, weil Ordner dort ein Spruchband der Magdeburger wohl entfernen wollten. Idioten außer Rand und Band. Ordner werden verprügelt. Und das nach einer Woche voller Diskussionen über Sicherheit und Menschlichkeit. Magdeburgs Spieler reagieren sofort, besänftigen ihren Anhang. Das Spiel fast 10 Minuten unterbrochen, bis die Spieler es schaffen, die Chaoten wieder in den Block zu bringen. Und die klauen hier sogar noch die Kamera. Und das war eine unglaubliche Sache. Der Ordnungsdienst überfordert von der Polizei, die draußen vor dem Stadion wartet, nichts zu sehen. Einzig Magdeburgs Spieler sorgen dafür, dass das hier nicht weiter eskaliert. Und Fassungslosigkeit überall. Es wird dann tatsächlich noch Fußball gespielt, die Partie regulär zu Ende gebracht, weil Magdeburgs Fanbetreuer die letzten 10 Minuten das Tor zuhalten. Ein Spiel mit einem kleinen Gewinner und einem ganz großen Verlierer. Der Sport tritt wieder in den Hintergrund, weil einige Idioten Torwärter und Torwart überfordern. Ich habe einen dumpfen Knall gehört und habe mich umgedreht, gleich die Fans gesehen. Und dann bin ich losgerannt, weil was anderes geht ja nicht. Wenn die ausrasten und auf einen draufgehen, dann würde ich schwarz sehen. Der Verlierer darf sich heute ausnahmsweise als Sieger fühlen. Mit entschlossenem Auftreten verhindern Magdeburgs Spieler eine weitere Eskalation. Das gehört eben nicht zum Fußballsport. Das können wir natürlich so nicht entschuldigen. Aber wenn man es eben gesehen hat, ist die gesamte Mannschaft dahin und hat eben dafür für Ordnung gesorgt. Und hat sich eben nicht verdrückt. Und das war natürlich die richtige Reaktion. Dieses Tor hätte nie fallen dürfen. Zwei verletzte Ordner machen in Großasbach den Fußball schon wieder zur Nebensache. Tja, Hut ab erstmal vor der Reaktion der Magdeburger Spieler. Aber ansonsten ist ja unfassbar, dass in einer solchen Woche nach diesen Erlebnissen und diesen Tagen, man mag es gar nicht glauben, also ein paar, die begreifen es wahrscheinlich nie. Die Plätze 1 bis 7, einsam an der Spitze Dynamo Dresden. Aber dahinter alles ziemlich eng zusammen. Die Dresdner sehen wir gleich zu Gast bei Erzgebirge Aue. Kümmern uns aber erst einmal um den dritten. Sonnenhof Groß Asbach, der erwartet Magdeburg. Magdeburg als Fünfter, das ist sowas wie die Überraschungsmannschaft der gesamten Liga. Der Aufsteiger hat daheim allein schon sechs Spiele gewonnen. Will man sich allerdings tatsächlich als Spitzenmannschaft da oben etablieren, dann müsste es auch endlich mal den ersten Dreier auf des Gegners Platz geben. Die Wahrscheinlichkeit dafür, die ist heute allerdings nicht wirklich gestiegen, Philipp Sommer. Das Verletzungspech verfolgt Jens Hertel weiter. Magdeburgs Coach muss nach dem Innenbandriss von Verteiler es schaffen, die Chaoten wieder in den Block zu bringen. Und die klauen hier sogar noch die Kamera eines Unglaubens. Der Ordnungsdienst überfordert von der Polizei, die draußen vor dem Stadion wartet, nichts zu sehen. Einzig Magdeburg-Spieler sorgen dafür, dass das hier nicht weiter eskaliert. Und Fassungslosigkeit überall. Es wird dann tatsächlich noch Fußball gespielt, die Partie regulär zu Ende gebracht, weil Magdeburgs Fanbetreuer die letzten zehn Minuten das Tor zu halten. Ein Spiel mit einem kleinen Gewinner und einem ganz großen Verlierer. Der Sport tritt wieder in den Hintergrund, weil einige Idioten Torwärter und Torwart Minuten wieder aus der Kabine und wandelt wie einst Franz damals in Rom über den Platz. Magdeburg in der zweiten Hälfte etwas aktiver, aber weiter ohne richtige Torchance. Auch Großasbach hat kaum welche. Und wenn, dann über den starken Timo Röttger. Klinker hat den Sicher. Regen nimmt zu in Großasbach. Ein Kampfspiel. Beide Teams versuchen, keine Fehler zu machen. Dittgen zwischen einen gewechselt. Eno verschätzt sich. Da ist Röttger. Und da ist der Pfiff von Schiedsrichter Florian Wartstübner. Elfmeter. Und das ist völlig richtig. Eno hält Röttger fest, schiebt ihn dann auch. Das ist Digger Ryan Malone. Heute auf vier Stammspieler verzichten. Wenigstens die Unterstützung stimmt. Über 1000 Magdeburger wollen ihr Team zum ersten Auswärtssieg brüllen. Nur wegen der großen Zahl an Gästefans. Die Sicherheitsvorkehrungen in Großasbach übrigens leicht erhöht. Magdeburg in blau. Sehr passiv, defensiv, gut organisiert. Offensiv, aber wirkungslos und mit vielen Fehlern. Rühle nimmt den Fehlpass auf. Auf Röttger. Timo Röttger beim Comeback. Startelf-Comeback nach Armbruch. Und Eno klärt für seinen geschlagenen Schlussmann Klinker. Großasbach die bessere Mannschaft in einem unspektakulären Spiel. Torlos zur Pause. Und Jens Hertel, der sieht nicht viel Änderungsbedarf, kommt schon nach 5. Ein Strafstoß. 82. Minute. Michele Rizzi gegen Klinker. Und den macht er gerade so. Michele Rizzi mit dem 1 zu 0 für Großasbach. Klinker fast dran. Kann aber den Rückstand nicht verhindern. Dann aber wird das alles völlig unwichtig. Denn Magdeburgs Fans brechen im Anschluss das Tor zum Innenraum auf. Stürmen Richtung Gegengerade. Weil Ordner dort ein Spruchband der Magdeburger wohl entfernen wollten. Idioten außer Rand und Band. Ordner werden verprügelt. Und das nach einer Woche voller Diskussionen über Sicherheit und Menschlichkeit. Magdeburgs Spieler reagieren sofort, besänftigen ihren Anhang. Das Spiel fast 10 Minuten unterbrochen, bis die Spieler.